Das historische Badehaus 2 in Bad Oeynhausen zählt zu einem der Prachtbadehäuser der deutschen Geschichte. Es wurde 1885 durch den preußisch-polnischen Architekten Sigismund Gorgulecki hier im Kurort eröffnet. Ein Architekt, der unter anderem dafür bekannt geworden ist, dass er auch das große Nationaltheater in Lemberg errichtet hat. Das Badehaus 2 war ein Badehaus erster Klasse. Hier kamen nur die feinsten Kurgäste mit ihrem Rezept in die Sohlebäder. Es wurde damals im hochmodernen Neo-Renaissance-Stil errichtet und bot dem kaiserzeitlichen Kurgas die Illusion, dass er wie in ein französisches Palais hineingeht. Der Architekturstil, den hat man vor allen Dingen kopiert von den Königsplätzen in Paris. Auf dem Place du Bouguet finden sich Palaisbauten, die genau in diesem sogenannten Bré-et-Pierre-Stil gehalten sind. Der Eingang von Badehaus 2 ist als antike griechische Tempelfassade dargestellt. Und wie in der Antike finden wir oben im Dreiecksgiebel eine Göttin. Es ist die Gäa, die personifizierte Gesundheit und Symbolfigur der Stadt Bad Oeynhausen seit 1845. Neben der Göttin sieht man drei Putten, zwei helfen einem in die Badewanne zu steigen. Warum der kleine Mann baden muss, das sieht man ganz links. Da hat er Rollstuhl und Krücken am Ufer stehen lassen. Auch das ist wiederum ein wichtiges Symbol für die Stadtgeschichte Bad Oeynhausens. Denn Bad Oeynhausen war ab 1874 die erste komplett barrierefreie Stadt in Deutschland. Der über den hochwertigen Mosaikfußboden des Badehauses liefen berühmte Gäste in der Geschichte des Gebäudes. In den 20er Jahren kurten hier die Uferstars wie Marika Röck oder der NGK Babylons der Archäologe Robert Koldewein. Aber auch politische Größen wie der Sultan von Vanzibar oder später der britische General Bernard Montgomery und Prinz Philipp besuchten das Gebäude. Tja, damals wie heute ist die schönste Anwendung in Bad Oeynhausen das Thermalsohle oder Sohlebad im Badehaus 2. Und auch heute fließen insgesamt zwei Halbwellen direkt ins Gebäude hinein und speisen unsere tiefen Edelstahl an. Und dann kommt sie in den Genuss eines Oeynhausener Champagnerbarkes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017